In der Medizinischen Berufsfachschule werden zukünftig sechs verschiedene Ausbildungsberufe angeboten. Die Generalistische Pflege, die Krankenpflegehilfe, die medizinisch-technische Laboratoriumsassistenz, die Physiotherapie, die Operations- und die Anästhesietechnische Assistenz. Die medizinische Berufsfachschule ist eine öffentliche Schule und somit schulgeldfrei. Unser moderne Schulgebäude bietet unseren Schülern beste Lernbedingungen. Der Unterricht wird von erfahrenen Fachlehrern, die sowohl eine pädagogische als auch eine berufliche Qualifikation besitzen, durchgeführt. Zusätzlich stehen uns Ärzte und qualifiziertes Fachpersonal, die unsere Schüler sowohl in der Praxis als auch in der Theorie betreuen, zur Verfügung. Besonderes Augenmerk legen wir auf eine praxisbezogene und handlungsorientierte Ausbildung, die durch eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Klinikum Chemnitz gegeben ist. Wenn wir Ihr Interesse an einer Ausbildung im Gesundheitswesen geweckt haben und Sie gern mit Menschen arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Deus Besonderes Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017